Moin moin und herzlich willkommen zurück wieder bei Portal 2 Coop mit der Alex und dem Dan. Moin moin, wieder in der Kunsttherapie. Genau, Kammer 3. Kammer 3 mit Säurebad und Sprung und kein Trinkwasser, okay? I love Säurebad. Äh, oh was ist denn hier? So, wir können uns erstmal hier an verschiedene Orte bringen. Äh, genau, bringen wir uns erstmal darüber. So, und hier könnt ihr nicht springen. Das wird zu kurz. Nein, es passt. Awesome. Ja, hier brauche ich nur einen Würfel. Das ist das einzige Geheimnis. Äh. We need a Würfel. Ja, das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein, weil, du siehst, da ist der Würfeldispenser, da ist ein Kraftfeld. Ja. Da ist ein Ding. Da ist auch noch, oh Gott, das sieht so aus. Ja. Hey. Hey. So, hier ist der Würfel. Voll uncool. Der Würfel passt natürlich nicht durch das Kraftfeld, weil Säure. Alles klar. Ähm. Ist da irgendwie die Möglichkeit, den rauszureichen? Ne, aber hier oben ist, hier oben ist. Hier ist das runde Ding hier. Wo? Wo ist ein Loch? Dieses runde Ding hier. Hä? Da ist doch sowas rundes. Was ist da oben? Da kommt, kommt da flutsch, flutsch raus? Ne, das ist dein... Ne, da ist, äh, da ist eine Seite von meinem Portal. Nur ich habe das Problem, dass ich die andere Seite nicht platzieren kann. Okay. Ach, ne, da. Da ist das Loch, okay. Ähm, ich glaube, du musst da irgendwie rüberkommen. Ja, ich probiere es mal. Ah, warte mal. Ich komme gleich. Okay. Ich bin schon mal hier auf der Seite. Okay. Kommst du da irgendwie hoch? Äh. Es sieht schlecht aus. Dreh dich mal um, bitte. Ach, ne. Äh. Äh. Da ist auch keine Möglichkeit, ein Portal zu setzen. Ich könnte höchstens hier... Hier oben ist auf jeden Fall noch eine Fläche. Ah. Aber da muss ich irgendwie... Warte mal, ich muss gegen eine Wand springen oder sowas. Ähm. Und dann muss ich hier wahrscheinlich mit dem Schwung darüber. Gott. Weißt du, was ich meine? So grob? Ja, so grobe Richtung. Hier drüben... Warte mal. Au. Ich... Äh, ich... Ach, ne, da ist ein Kraftfeld. Scheiße. Geht auch nicht. Ach. Schade. Was haben wir denn da drüben? Ich weiß es nicht genau. Hier könnte ich theoretisch das machen. Ja. Immerhin. Ah, Moment. Ich kann da durchgehen. Aha. Ist da hinten noch irgendwas. Äh. Ah. Moment. Ja. Hm? 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 Bin ich verwirrt? Wie soll ich denn da hin? Ich bin auch sehr verwirrt. Ich kann hier keinen Loop machen. Ich kann... Wo ein Punkt, wo ich runterspringen kann in dem Portal, habe ich auch nicht. Ich gucke mal über deine Cam mit. Ja. Also hier ist ja ein Zeichen. Ja, hier ist ja ein Zeichen. Aber... Ich habe keine Ahnung, wie ich mich da runterrollen soll. Was ist denn hier? Ey, da geht es ja noch weiter. Awesome. Das ist ja was zum... Ich brauche dich, glaube ich, hier drinnen. Ja. Warte, ich komme rüber. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. So, wie komme ich jetzt erstmal da? Wo bist du überhaupt? Ach, hier hinten. Oder auch nicht. Ähm. Autsch. Badam. Ah! Moment, ich brauche dich hier drüben, glaube ich, doch nicht. Jetzt bin ich ja immer hier. Äh... Aber das ist doch so ein Fenster gewesen zum Durchgeben. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich... Ich fliege! Au. Ich bin tot. Ich habe es verstanden. Ich habe zumindest diesen, diesen Teil verstanden. Ich brauche... Du musst... Du musst mir hier und dann auf der anderen Seite von dem Block, musst du mir ein Kraftfeld machen. Ein Portal, meinst du? Ja, meine ich. Entschuldigung. Kraftfeld, da kann ich nicht. Also, wie kommt die Frage raus? Ja. So. Wo möchtest du? Moment. Le Portal. Da brauche ich eins hin. Mhm. Und theoretisch auf der anderen Seite, aber da ist jetzt die Frage, wie... Da komme ich ja jetzt nicht rüber. Was ein Scheiß. Wie soll ich da rüberkommen, bitte? Ach, indem ich dir... Portal spendiere. Das wäre ganz freundlich. Einmal bitte hinter dir durch. Ja. So. Ah, voll Teamwork und so. So, probieren wir dann nochmal. Bitte schön, fliegen Sie jetzt. Äh, da ruht. Und... Ah, komm. Hup. Ich fliege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Autsch. So. Now you can touch the button. Ja. Und jetzt kommt der... Der Würfel auch. Warten. Nee, jetzt haben wir nämlich... Gah. Noch eine Plattform. Äh, okay. Ja gut, die Plattform brauchte ich. Das war... Das ist... Das ist kein Problem. Jetzt muss ich nur gucken. Jetzt gehe ich erstmal wieder da hinten hin zurück. Und dann gehe ich da rein. Äh. Und dann gehe ich hier im Portal. Und... ...da im Portal. Und dann schmeiße ich den Würfel da hin. Und dann gucken wir erstmal, wo der hinkommt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh. Ja, du musst... Ich muss den fangen, ne? Du musst den fangen. So wie es aussieht. Dann muss ich wahrscheinlich mal... Na, du musst hier rüber auf das Ding. Wo bist du? So. So. Ich... Warte mal. Wo kam der jetzt? Der kommt von hier geflogen. Ich probiere einfach mal. Ich schmeiße einfach mal ab. Und ich muss im Flug. Genau. Oh Gott. Ähm. Sag, wenn ich drauf gehen soll. Nicht drauf gehen. Ich brauch dich noch. Oh. So. Ähm. Ich würde mal... Ich... So. Versuchen wir erstmal gleichzeitig. So. Ich schmeiße den Würfel drauf in... Also wenn ich den Würfel dann ablasse, du auch auf Plattform. Ne? Ich lasse auch einen ab. Alles klar. Ähm. Würfel kommt in 3... 2... 1... Das war zu früh. Ja, Entschuldigung. So. Nochmal. Neuer Würfel. Kommt in. 3... 2... 1... 2... 1... Yes! Awesome! Ich hab's geschafft! Awesome! So. Ah. So. Das hat doch hervorragend geklappt. Erschreckend, ja. Du hast alle der Exhibition, die die Metaphors ermöglicht, in Rekordzeit. Ich merke dieses Herz. Apprechiert. So. So. Und ja. So, bitte betrete deinen Schaft. Meine Demontagekammer. Genau. So. Ja, danke schon mal für das Zusehen, ne? Genau. Wir hören uns aber noch was an. Ja, definitiv. Die Lösungen, die sind im Endeffekt einfacher, als wie sie im ersten Moment aussehen. Das ist echt erschreckend. Ja, so soll es wahrscheinlich sein, ne? Das ist wahrscheinlich das Ziel. von dem Spiel. Heftig. Aber das ist doch... Hat doch hervorragend geklappt. Definitiv. Definitiv. Ah. Ach. Ich mag so Knobelspiele. Voll gut. Okay. So. Lados. Okay. Gut. In der nächsten Folge seht ihr also die Kammer 4 von 9 von Kunsttherapie. Und wir hoffen euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.